Servus liebe Weinfreunde! Die Frage war, wie kalt oder wie warm trinke ich einen Wein? Weißwein bei mir, alle Kühlschränke auf 6 Grad. Ihr seht sogar, der Wein fängt an zu schwitzen. Rosé natürlich das gleiche. Im Glas wird er warm genug damit er trinkbar ist. Deswegen bei mir 6 Grad. 17 Grad für den Rotwein. Da ist es genau der perfekte Wein zum Genuss. Und das hier im Weinkeller. Genial! Wenn ihr die wollt, Anim-Aliens-Serie auch in meinem Shop. Ciao, ciao!